Mein Name ist Urs Imhoff, ich arbeite seit vielen Jahren auf der Ruhrner Kantonalbank, davon 14 Jahre im Bereich der Finanzierung. In einer Finanzierung ist die Tragbarkeit immer sehr wichtig. Die Tragbarkeit zeigt, wie hoch meine Belastung im Monat aufgrund meiner Einkommen sein darf. Grundsätzlich sagt man, die Kosten sollten ein Drittel des Einkommens nicht überschreiten. Machen wir zusammen ein Beispiel. Ich habe ein Objekt mit einem Wert von 800'000 Franken. Davon habe ich Eigenkapital von 20%, das heisst 160'000 Franken. Die Finanzierung ist also 80%, beziehungsweise 640'000 Franken. Bei einer Finanzierung wird die Tragbarkeit mit einem kalkulatorischen Zinssatz von 5% berechnet und nicht mit einem aktuellen, gültigen Zinssatz. Das ergibt pro Jahr Zinsen von total 32'000 Franken. Dazu kommt noch ein Teil der Amortisation von ca. 7'000 Franken. Und für einen Unterhalt rechnen wir mit 0,7% des Wertes der Liegenschaften, also 800'000 Franken. So kommen noch einmal 5'600 Franken dazu. Wenn wir die drei Pöste zusammennehmen, haben wir jährliche Kosten von 44'600 Franken. Pro Monat also Kosten von 3'700 Franken. Wenn ich ein Jahreseinkommen von mindestens 134'000 Franken habe, das könnten ein oder zwei Einkommen sein, kann ich mir das Objekt leisten. Die Tragbarkeit liegt dann bei 33,3%. Die Tragbarkeit liegt dann bei 244'000 Franken und militär Untertitelung des ZDF, 2020